Bei nicht gerade frühlingshaften Temperaturen um 6 Grad und böigem Wind startet Österreichs Radelite in die Rad-Bundesliga-Saison 2024. Insgesamt sind bei der Elite und U23 70 Frauen und 124 Herren am Start. Bei den Frauen gibt es ab dieser Saison mit Verge VICC Women's Racing auch ein Team aus Wien. Wir haben uns tatsächlich zusammengefunden aus dem Grund, dass es in Wien noch kein Elite-Frauen-Rat-Team gegeben hat. Das war eine Tatsache, die wir gesagt haben, dass es einfach nicht geben kann. Wir haben einen großen Vorteil in Wien, dass wir auch immer wieder regelmäßig gemeinsam zusammen trainieren können. Und ja, das Ziel von heuer ist einfach gemeinschaftlich als Team am Start zu stehen, gemeinsam im Feld zu kämpfen und dann tatsächlich auch gute Platzierungen einzufahren. Vorjahres-Gesamtsiegerin Elisa Winter ist auch diese Saison für das Raiffeisen-Rat-Team Tirol am Start. Also ich fühle mich top vorbereitet für heute und der Kurs liegt mir. Es ist gutes Wetter. Also ein hochqualitatives Starterfeld findet man hier vor. Also es sind starke Mädels am Start und ich hoffe, ich kann mich heute behaupten. Die Frauen starten pünktlich um 11 Uhr in die erste von vier 21,1 Kilometer langen Runden um den Kürnberger Wald. Bis zum Anstieg Richtung Eichberg ist das Feld noch vereint. Am über zwei Kilometer langen Anstieg nach Eichberg müssen 114 Höhenmeter überwunden werden und hier teilt sich das Feld in mehrere Gruppen. Eine elfköpfige Spitze fährt 13 Sekunden vor einer aus zwölf Athletinnen bestehenden Verfolgergruppe in die zweite Runde. Die Spitze verkleinert sich bis zur zweiten Durchfahrt in Leonding auf zehn Fahrerinnen. Kurz vor dem Eichberg setzen sich Petra Czanku, Corinna Lechner und Patrizia Srnska ab. Sie kommen jedoch maximal 15 Sekunden von den Verfolgerinnen weg. In der letzten Runde liegen Lechner, Czanku und zwei tschechische Fahrerinnen vorne. Elisa Winter nur wenige Sekunden dahinter. Die deutsche Corinna Lechner gewinnt nach einer Fahrzeit von zwei Stunden und 21 Minuten. Das 63. Eröffnungsrennen in Leonding vor der für das Team Rapsuk-Nittelfeld fahrenden Ungarin Petra Czanku. Beste Österreicherin ist Elisa Winter auf Platz 5. Ja, ich bin mega happy über den Sieg und freue mich sehr. War ein gutes Rennen. Du warst hier schon mal auf dem Podest, kennst die Strecke also sehr, sehr genau und deine erste Attacke, die hat gesessen und zwar so richtig. Ist das das Geheimrezept, um hier erfolgreich zu sein? Ja, auf jeden Fall muss man als erstes aufs Kopfsteinpflaster fahren und das ist wichtig. Ja, das war auf jeden Fall das Geheimnis. Das Führungstrikot der Roadcycling League Austria geht an Petra Czanku. Petra, herzliche Gratulation. Du bist die erste Gesamtführende im Jahr 2024 in der Roadcycling League Austria. Zuallererst, wie gefällt es dir im neuen Team Rapsuk-Nittelfeld? Ich liebe sehr dieses Team, weil sie ihm alles mehr helfen können. Weil ich lerne in der Universität und sie supporten mich bei allem. Und wir waren in Kroatien beim US-Rennen und da konnte ich auch gewinnen. Und ich bin sehr stolz auf unsere Leistungen und auf unsere Familie. Ist das erklärte Ziel, das Gesamtklassement der Roadcycling League Austria zu gewinnen? Ja, natürlich. Wir möchten die Radliga auch gewinnen und die Team-Klassification auch. Beste U23-Fahrerin in der Radbundesliga ist Elisa Winter. Also das Fazit ist, Tagesziel, Minimumziel erreicht. Und 23 Trikots war auf jeden Fall ein Minimum, was ich mir heute erhofft habe. Top 5, bin auch schon ganz zufrieden. Es kann noch mehr gehen, aber da kommen noch ein paar Rennen, zum Glück. Bei den Herren sind 124 Fahrer am Start. Sie müssen die 21,1-Kilometer-Runde sechsmal fahren. Und am Schluss geht es noch einmal in vier kurze Runden mit je sechs Kilometern. Bis zur Abzweigung Richtung Eichberg bleibt das Feld geschlossen und so geht es auch den zwei Kilometer langen Anstieg ein erstes Mal hinauf. Kurz vor der Bergwertung setzen sich Paul Buschig vom Tirol-KTM-Cycling-Team und Stefan Kowa von Think of Advericks vom Feld ab und kommen bis zur dritten Runde über eine Minute von ihren Verfolgern weg. Bis zum nächsten Mal. In der vierten Runde erhöht aber Team Feldfelbermeier das Tempo und damit ist der Ausflug des Duos wieder beendet. Es beginnt immer wieder kurz zu regnen, was das Rennen nicht unbedingt einfacher macht. Nach etwas über drei Stunden geht es in die letzten vier kurzen Runden. Das Feld ist immer noch geschlossen. Jetzt zieht sich das Feld in die Länge. Sebastian Putz führt ja eine sechsköpfige Gruppe in die vorletzte Runde. Der Abstand liegt bei fünf Sekunden auf die Verfolger. In der neunten Runde bildet sich eine achtköpfige Spitzengruppe, die jetzt schon 30 Sekunden vor den anderen Sportlern liegt. Eine kleine Vorentscheidung ist schon gefallen. Auf den letzten Metern springten jetzt aber Jakob Primozic, Sebastian Schönberger, Marco Schrettl und Sebastian Putz um den Tagessieg und auch um die ersten Liga-Punkte. Der vorher als Gesamtsieger der Radbundesliga Jakob Primozic kann sich hier absetzen und macht das ganz souverän. Er gewinnt nach einer Fallzeit von drei Stunden und 40 Minuten knapp vor Sebastian Schönberger und Marco Schrettl. Schrettl belegt nicht nur Platz drei, sondern ist auch bester U23-Fahrer. Jakob Primozic vom Team Krinkow at Variks knüpft somit gleich an die letzte Saison an und übernimmt wieder die Führung in der heimischen Radliga. Vielleicht soll es einfach so sein. Nach über dreieinhalb Stunden Fahrzeit habe ich dieses Rennen gewonnen und jetzt freue ich mich, dass ich das Führungstrikot wieder tragen darf. Für mich bedeutet es ja doch wieder viel Stress, die Führung zu verteidigen. Das Trikot des besten U23-Fahrers darf sich das Tirol-Karte-M-Cycling-Team überstreifen und zwar Marco Schrettl. Ja, es ist jetzt cool, dass es eben so aufgegangen ist und ja, es ist natürlich ein großes Ziel auf dem Team gewesen und ja, es ist immer froh, dass wir jetzt einmal auf Proteste gekommen sind. In der Tabelle der Herren führt somit Jakob Primozic vor Sebastian Schönberger und als bester U23-Fahrer belegt Marco Schrettl Platz drei. Die Teamwertung wird von Tirol-Karte-M-Cycling angeführt, gefolgt von Krinkow at Variks und Team Feldfelbermeier. Bei den Frauen führt Petra Cianco mit 150 Punkten vor Elisa Winter mit 103 und Nadia Heigl mit 84 Zählern die Tabelle an. In der Teamwertung liegt Aby Rapsuk-Nittelfeld mit 30 Zählern vorne, gefolgt von Union Raiffeisen Radteam Tirol mit 25 Punkten. Das Team Kukina Aby Asky Graz hat 21 und an der vierten Stelle dann Verge VICC Women's Racing. Das nächste Rennen der größten heimischen Radliga findet in Wales mit dem Kirschblütenrennen am 28. April 2024 statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017